Meine wichtigste Empfehlung an Sie, treffen Sie diese Entscheidung nicht alleine, ziehen Sie einen Berater, einen Bibliothekarspezialisten zur Seite. Die Bibliothekarscheidung ist für Sie und Ihre Familie die wahrscheinlich wichtigste Finanztransaktion in Ihrem Leben. Eine Finanztransaktion, bei der Hunderttausende von Franken auf dem Spiel stehen. Insofern kann ich Ihnen raten, treffen Sie diese Entscheidung mit einem unabhängigen Spezialisten, der Ihnen noch dazu einen größtmöglichen Marktüberblick verschafft und Ihnen eine Finanzierungsstrategie erarbeiten kann, die optimal zu Ihrer persönlichen Situation passt. Dann haben Sie die Garantie, dass Sie eine Entscheidung treffen, die Sie nicht bereuen und die Ihnen im optimalen Fall zigtausende von Franken gesparen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017